Ja, also ich finde es toll, dass wir heute hier sind, um die Polizei zu rügen. Denn es ist nicht zum ersten Mal so, dass die Polizei so ignorant mit Rassismus umgeht. Vor wenigen Wochen am Randburgertau haben Asylbewerber aus Afrika und Asien gegen die Residenzpflicht und für Bewegungsfreiheit demonstriert, weil diese Gesetze diskriminierend sind. Die Polizei hat dann gewaltsam diesen Asylbewerbern ihre Regenschirme, ihre Betten, ihre Zelte weggenommen. Und in dieser Kälte finde ich das unerträglich und das geht so nicht weiter. Wir müssen der Polizei klar machen, dass sie so mit Diskriminierung nicht umgehen darf, dass sie viel, viel offener zu Rassismus stehen muss. Und dass sie auch dazu stehen muss, dass das rassistische Motive waren, die hier gegen Jimmy C. ausgeübt worden sind. Dankeschön. Dankeschön.